Was ist das für mich? Das ist eine von den Neuen. Der sagt aber ein Halo 1 Veteran, weil hier bekannt vorgekommen. Über uns. Gspawnt, ich geh mit dir. Ja, ich finde die Farben da so ähnlich alles. Schlimme ist... Ich geh mit dir zu dir. Man wird mit der BA gespawnt. Das wird beschissen. Vor allem für uns als Handicapler. Hat der Hand. Wo noch? Ja, wo noch was. So, was steht unter Geschoss? Ist wieder ein Handicap drin oder wer? Kann man das überhaupt aushalten? Ich schnappe mal ein Superschild. Und das Hooker. Der liegt beide in dem Abwasserding in der Mitte von der Map. Aha. Hast du nichts aus? Ja, ich bin schon wieder von zwei zusammengeschossen. Das ist gut. Das ist der Hammer. Die sind gespawnt und haben schon wieder voll die Map Control. Ich bin schon wieder von zwei. Das ist gut. 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 Ja! Die Stefan Mieler mit der Schelde. Da kann ich auch in unsere Terme bei mir. Aber da will ich mal mit. So, was ist hinter dir? Oh, mal wieder was gesehen. Ja, ganz unterliefer. Dann gehen wir noch lange nach unten. So, zu näher kommen. Machen wir noch mal den Simon. Was ist der nächste? Oh, Leck! Irgendwann liegst du vorgehen. Irgendwann liegst du vorgehen. Irgendwann liegst du vorgehen. Irgendwann liegst du vorgehen. Ich freu mich nicht mehr. Ich hab nicht gehabt paar Meter wahrscheinlich gar nicht. So ein Sniperngeil wärs gut. Die Tür müsste eigentlich ziemlich neben dir sein. Vor dir sein. Ja? Ja. Nein, aber du bist dann weit unten. Du bist ganz unten. Ja. Jetzt kommen sie natürlich von mehreren Seiten. Ich hoffe, weil die Decke mein nix. Ja. 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 Wo ist er noch? Hier. Ja, hier ist. Den nehmen wir weg. Genau wo dich. Ja. Dauf müssen wir das auch. Ja. Ja. Ich will das auch nicht nachkommen gehen wie in Skrit. Das ist jetzt so gesund. Ja, Schrotz. Kommen, oder? Ja. Ach, das war der auch. Du bist halt hier die Katzwelle. Ich kann deine Katze schrauben. Ja, Schrotz. Bis die Katze weggerähen. Was kommt denn jetzt alles? Wie ist denn jetzt mal das? Batterien und Zubeschütteln? Kein Lieber. Ach na. Habt ihr heute die Fülle? Ja. Das ist nur die Qualität. Rechts hinten erweckt mein Zubeschütteln. Ja, das ist die Leichte, oder? Ein bisschen, ja. Ja. Okay, ich komm da. Rechts. Fix. Ja. Er macht mir das ja gar halten schmeißen. Wenn ich den Kolum wieder weiter gesplittert, dann bringt ich mich auch da links. Glaub ich. Ich muss wahrscheinlich warten, wenn ich es will. Na, der Kettich von hinten noch. Also der Map ist aber uncool für 2-3. Da geht es super um die Zeit für alle Seiten, weil es einfach so weit offen ist. Mh. 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 Bestückt, ja. Ja, irgendwie 2 bis 7 Uhr noch nicht, ja. Das ist ja das, der Mett ist scheiße. Fällt mir einfach von der Mett-Aktikatur, von praktischem auch nicht, von der Textur. Ja, geil, von hinten. Ich weiß es nicht, ob ich schaff halt auch so auf einen Hafer sein und dann halt wieder ein paar Mal hinter oben sein. Gleichzeitig. Das macht's bestimmt keinen Witz. Hm, ich würf doch mal wieder. Wollt ihr's mal ein Paniker? Aus. Ja, jedenfalls hat's dann wirklich fit gemacht. Wo ist denn der Typ? Da. Nein, der schlimme Finger. Ah, ich hab's nicht noch. Ja. Wo ist denn der Typ? Ja. Gibt's ja nicht. Ja, das ist unmöglich. Die zu dritt auf der Map, wir müssen's machen, denn der braucht ja bloß die dritte mit der B-A-A-A-A-M-G. Für alle Seiten. Das ist unmöglich. Umstoßen sind scheiße. Das ist unmöglich. 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 Die Mühe 2. Die Mühe 3. Die Mühe 3. Die Mühe 3. Die Mühe 3. Was gibt's denn jetzt? Gut. Na ja, hab ich's nicht verbessert. Das dauert mir mehr als andere. Was ist denn dann lieber dir? Ja, unter mir wahrscheinlich, ja. Kinder hier. Das ist ein Motor. Boah. Das ist ja nicht. Das gibt's ja nicht! Wir hoffen mal einen Nottreffer! Das ist doch tot, oder? Der Freund hatte kein Handicap drin. Der Kelly hat natürlich kein Handicap drin, oder? Wer? Der Kelly, der Tom? Ja, der Tom, der am ersten Mittlerer ist drin. Ich hab's noch mal, ich kenn mich schon wieder, dass er hat, oder? Ich hab's noch mal. Würde ich nicht? Wann ist's durch? Sieh mal her? Kelly? Jo. Das ist toll, jetzt! Ich stehe ja rechts. Rechts sicher hinten im Eck ist, oder? Ja, hinten im Eck, wenn sie sich... Und die Mitte ist, das habe ich ja gesehen. Der Tor ist noch. Geht runter. Tod. Boah man, dann schafft er es natürlich noch. Normalerweise ist er gerade mit der Hint explodiert. Da liegt eine Neugierung. Pass auf, der wird wahrscheinlich einen Launcher rum. Der hat auch noch einen Launcher. Der Stefan. Der hat auch noch einen Launcher. Oh, das war die Platt vor. Was ist denn die Platt ab? Gerade oben. Der ist jetzt hier kaputt, aber du bist da unten. Okay. Okay so. Jetzt wollen wir uns den Termin hier mitten. Beziehung hat mich, der Taun hat mich bestückt. Ja. Rot. Ne, also zweit hat mich wieder. Und dann in die Rechthanglage. Ja, der ist in der Vorbeige. Der Superschild, der schlimme Finger. Ja. Na ja, jetzt nehme ich schon die Arzt rein. Das ist jetzt braun. Komm, du bist tot. Ah, der wird das tot machen. Ja, schön. Schlimmfinger? Ja, den werden wir jetzt mal in den Daumen bringen. Das ist der Affe gekriegt. Der war doch die Mutter, oder? Der ist ja in Spanier bei mir. Dann sehen wir Oma, oder? Oma, den sehen wir, ja. Der ist ja. Der ist ja. Ich bin auf dem Übergang. Natürlich! Fest ab, ja. Das wird ja nur Superschildnung. Dann fahren wir eigentlich den. Ich darf eh eine Positionsbauer. Was ist denn schon? Ja, ich werde nicht drücken. Du drückst irgendwie voll zu schnell. Du musst das schon koordiniert machen. Ne, ich spüle es nicht so auf wie du weißt. Ich spüle keiner so auf wie ich. Ich spüle keiner so auf wie ich. Ich spüle keiner so auf wie ich. Ich spüle keiner so auf. Ich spüle keiner so auf wie ich. Ich spüle keiner so auf wie ich. Ich spüle mal. Und ich hab gerne ein auf der Nid. Ich spüle nicht. Ich kann etwas in den Höld sein. Und jetzt kommt der Simon. Und er ist gestoppt! So, da ist auch der Kelly. Das geht nicht. Der ist nicht. Der ist auch eine. Ich spüle mich an. Ich spüle mich an. Das Leben hat mir immer empfüllen. Äh, das kann ich auch nicht sagen. Keine Ahnung. Weiß nicht mehr, wo es ist. Unter mir ist sowas. Ah ok, dann schätzt natürlich nur der Killino rein. Der ist, der ist klar für, für... zum Flight. Dann stellt der Killino. Nusskupen. Wo? Rechts. Hinten eine Ecke bei dir, habe ich jetzt gesehen. Komm doch nach dir zu. Rechte Hand. Da oben ist er. Da oben ist er. Da oben ist er. Ich möchte die Lacken oder nicht? Okay. Ich denke so. Es ist doch mit der Aufmerksamkeit. Sie wollen es nach? Ja, passt. Ja, der hat das selbe gemacht, oder? Das ist okay. Fällig tot. Irgendwer schießt das nicht? Ja, das ist nix. Ich weiß nicht mehr so los. Ja. Schön, schön, schön. Dann kommt der Tür, steht der Tür, wo man da... Das ist tot. Das ist tot. Das ist tot. Das sieht man halt noch. Ja. Aber da unten. Entschuldige, dann würde er auch nicht durch. Das ist auch nicht so. Das ist schlimm. So, wir sind schlimm. Direkt nah. Oh, schön. Sonst ist er noch leicht? Ja, der schießt das nicht. Leicht oder nicht? Leicht vielleicht. Ich hole mir auch... Ich hole mir auch einen leichten, und dann hole ich ihn. So, ich glaube, ja. Das sind ja die Sprungzeiten eigentlich zu kurz. Das ist, glaube ich, das ist das Hauptproblem. Was? Ja, du kriegst eine Nummer und schon schießt das jetzt an. Dann schießen wir mal einen leichten zusammen. Schießt das aber auch nicht. Ich werde jetzt so gehangen zuerst einmal. Aufs perderseiten wird er so Not zeigt, dass er noch un 50 Meter weg ist, und dadurch ist er zog in die Hündende um. Nein, ich zog dann mal abzubauen. Der hat jetzt gerade eine Schilderung bekommen. Das gibt es doch nicht. Ja. Mach das Tuch und Brot. Simon hat den Sack. Ja, rechts. Ja, ist tot. Warte, dann kommt der andere im Lancer. Ja, links oder rechts links. Nein, das ist nicht der im Lancer. Ja, auf dem unten glaube ich. Hinten auch zu machen. Gut, wir nehmen Sie mal zum Geschossen. Gut, der Turm rechts rum. Von da oben und da unten. Ja, ja. Wo ist er denn? Ich sehe, kommen wir nicht in die Ahnung. Das ist ein Neufang. Da ist keiner von hinten gekommen. Ja, und einer leicht schon wieder. Wo ist er, kannst du da? Slim. Ah, deswegen ist es fertig. Das ist doch nicht. Auf und Slim. Ich bin tot. Slim, ja. Ja. Hoch. Hintere. Turbo. Stefan ist rechts. Ja, jetzt am Turbo. Ja. So. Naja, aber... Jetzt machen wir genau das Gegenteil. Jetzt machen wir, was ist denn? Die Web, wo man am wenigsten Gegner sieht. Am wenigsten sieht. Am wenigsten sieht. Am wenigsten Gegner halt. Was? Weißt du? Wie es ist? Wie es denn ist? Ich hoffe schon. Ja, gute Diskussion. Wahrscheinlich der ja auch.